Hallo zusammen, es gibt mal wieder einen neuen Yannick, nachdem wir gestern Yannick Gerhard hatten, jetzt gibt es Yannick Carrasco und man hat eine Spielerwahl, das heißt unterschiedliche Yannick Carrasco, einmal rechter Flügel mit 5 Sterne Weakfoot und einmal NZOM mit 5 Sterne Skillmoves. Die Werte sind bei beiden richtig richtig gut, also kann man glaube ich nicht meckern, wir brauchen aber 4 SPCs, das ist wirklich sehr sehr viel, ein 84er Team mit einem Team of the Week oder Season, 85er Team, 88er oder 87er, das ist wirklich verdammt verdammt viel aktuell, aber es sieht halt auch verdammt verdammt gut aus, muss man auch lassen, also wer es machen möchte und vielleicht untauschbare Spieler hat, könntest du durchaus machen, wir kriegen natürlich ein paar Packs hier, das seltene Spielerpack ist schon mal ganz gut, also überlegt es euch, ob ihr ihn machen wolltet oder nicht, ich würde sagen, also für einen der beiden, wenn man ihn spielen könnte, ich glaube der ZOM ist attraktiver als der RW, der rechter Flügel, aber das ist eure Entscheidung, bis dann, ciao, ciao.